Der 7, anfliegendes Auge 1. Hey, amigo, wo in das Dias? Lass den Scheiß mal, willst du auf den Friedhof? Hey, ist doch Wahnsinn, du bring die Krähe ins Nest zurück. Die beiden Mühlen, die haben ne Ladung Präzisionsschützen an Bord. Oh, sieh mal an. Dann wird's hier oben ja richtig gemütlich. Du fliegst zur Basis zurück oder wir eröffnen das Feuer. Komm schon, schalt mal deinen Grips wieder ein. Na gut, abwärts mit ihm. Okay, amigo, also ihr könnt das keines fliegende Auge schon lange halten. Dieser elende Mistel! So ne Scheiße, der hat uns getroffen! Festhalten! Und mir ausgesprochen leid, mein Freund. Oh, nicht schon wieder! Okay, jetzt. Wie wäre es denn, wenn ich die Führung übernehme? Oh, nicht schon wieder! Oh, jetzt bin ich, da ist es so leicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Mal rechts. Achtung, da schaffen wir nichts. Achtung!